Mobile Device Management in a nutshell Mobile Device Management in a nutshell Was machen Sie damit? Sie befördern Ihre Geräte, Sie sehen die aktuellen Study Ihrer Geräte Sie haben die Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern Remote-Unterstützung zu leisten Sie haben die Möglichkeit, dass wir Ihnen Remote-Unterstützung leisten, wenn Sie das wünschen und Sie haben in letzter Instanz auch die sehr wertvolle Möglichkeit, Gerätekonfigurationen über das Mobile Device Management vorzunehmen Also das, ich setze mich geschwind ins Auto und fahre durch halb Österreich oder durch halb Europa, um ein Setting auf ein Gerät zu bringen Das gehört damit eigentlich der Vergangenheit an